Willkommen zum nächsten Part und zwar bin ich jetzt schon fast da. Wir sollen ja hier die vier Regionen untersuchen. Jetzt gibt es hier folgendes Problem. Die Brücke ist kaputt und man kommt nicht rüber. Ich habe mal ein Problem, da ich keine Winterkleidung habe, also nur die Hose. Obwohl die glaube ich auch schon ausreicht. Ja, die reicht auch schon aus. Okay, habe ich einfach hier noch eine Waffe genommen. Praktisch wie so eine Feuerwaffe, die mich dann auch die ganze Zeit wärmt. So, ich habe jetzt mit der hier schon gesprochen. Und ich glaube, man muss so einen... Ich hoffe, ich habe einerweil so einen Tadenzapfen reinschmeißen. Da. In die Hand. Und wenn ich den da reinschmeißen sollte das eine riesen Stichflamme geben. Und ich kann da rüberfliegen, soweit die Theorie. Also... Jawohl. Ja. Genauso wollte ich das. Aber wie eingeschneit die ist. Wahnsinn. Kann man das eigentlich schmelzen? Nö. Nö. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie. Man muss alles ausprobieren. Ist okay. Pfeile kann man nicht mehr gebrauchen. Ich hätte vielleicht erst mal die Karte aufdecken sollen. Ist hier überhaupt jemand? Ach, wenn ich schon mal hier bin. Ein Herz. Ich habe ja zehn Stück. Und ich nehme noch ein Herz. Und wenn ich dann wieder... Fehlen ja da noch zwei. Dann nehme ich Ausdauer einmal. Dass ich da mal ein bisschen mehr habe. ... ... ... ... ... ... gibt es nichts, da ist ein Schrein. Ja. Den kann ich ja schon mal aktivieren. Ein Krok. Das war so klar. 17 habe ich jetzt davon. Das ist dieselbe Kleidung. Und die kostet... Oh, die ist günstig. Also das ist ja dieser... Wie heißen die? Ninja-Anzug oder sowas? Ninja-Kleidung. Der kostet ja... Habe ich gesehen. Alles... Ich glaube 5000. Also ist das ja noch sehr, sehr günstig. Hier ist ja gar nichts, hä? Das ist doch blöd! Ich bin nämlich kein Küken mehr! Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Du bist doch... Tatsache! Lang! 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 reluctant! Und span! Okay. Oh! Ah. 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 Uh. Ah. 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 Vielen Dank. Okay, also auf zu den zwei Feuern da drüben. Da ist auch der Turm. Ah, das ist gut. Ich kann da nicht hoch. Ah, schade. Ich fliege erstmal zur Mitte, um dann vielleicht hoffentlich da drüben anzukommen. Ah, das ist gut. Ach, komm. Ach, das sind dann gar nicht mehr diese Zauberstäbe, so gesehen, die es damals gab. Sondern die jetzt. So, der müsste ja... Aha, das war der Gegner. Müsste ja eigentlich hier sein. 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 Ich klau mir mal direkt alles. Das ist, ist es der? Ja. Nein. Müsste ja eigentlich hier sein. Müsste ja eigentlich hier sein. Müsste ja eigentlich hier sein. Ja, das ist der? Ja, das ist der? Ja, das ist der? Ja. 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 Oh. Der ist irgendwo oben. Okay, dann einmal nach oben. Das ist einmal ein Gelaber von denen. Nein, nicht fallen lassen. Hoch. Was? Hoch. Wenn ich schon mal hier bin. Das ist wahrscheinlich ganz da oben. Dann nehme ich den Turm mit. Wenn ich eh schon dran vorbeilaufe, so gut wie. Gut. Ah. Das funktioniert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es funktioniert durch den Schnee. Komm, Fackel hier mal. Oh, komm. Ah, Fackel hier alles ab. Kann man überspringen und einmal nach oben schießen. Ah, ich habe schon zwei Schreine gesehen. Ah, ich habe schon zwei Schreine gesehen. Es ist im Himmel gar nicht so viel. Da ist einer, da war auch irgendwo einer da. Drei Stück sehe ich direkt. Ich muss irgendwo... Gute Frage. Da war ich doch eben... Eben... Ist der unten? Nein, da kannte er doch... Das war sehr ungeschickt von mir. Ich kann ihn doch dann nur noch einmal öffnen, Mann. Nein. Wie so ein Anfänger. Ich muss die noch einmal aktivieren. Ja. Ja, soweit war es schon mal. Ja, ähm. Der Südspitze. Ah. Ja, es muss hier irgendwo... ...seht ja auch interessant aus. Da oben. Ja. Das Gebiet ist groß. Ich habe ein Stück noch. Die sehen mich gar nicht. Ah, jetzt kann ich hier ewig suchen. Ja, ich gehe mal hier hoch. Die müssen ja hier, die müssen ja hier sein. Ja, komm nur her. Ach, nein. Oh. 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 Der läuft halt im Schnee auch noch langsamer. Gibt's bestimmt wieder so Schneeschuhe oder sowas. Du siehst doch so aus, als könnte ich dich zurückdrehen, genau. So, jetzt bin ich ganz oben. Und da ist er. Er ist ganz oben auf der Spitze. Er ist wegen dem Bogen. Er ist wegen dem Bogen jetzt. Er ist wegen dem Bogen. Das ist ja... Okay. Ähm... Dann... Genau, ich nehm die Waffe... Und... Und... Das macht äh 13. Ich sag, ich nehm den. Jaaa... Jaaa... Dann... Ablegen... Und verbinden. Sieht schon ein bisschen bescheuert aus, aber egal. Dann hau mal rein. Dann hau mal rein. Dann hau mal rein. Dann hau mal rein. Ich hab jetzt gedacht, da kommt jetzt ein Mods Kampf oder sowas. Das war ein Pfeil. Was ist los mit dem? Okay. Aber trotzdem. Das ist ja nach einem Pfeil. Habe ich das Schild zu spät gezogen? Mann. Jetzt sauen die sich auch wieder her. Ja, der hat die Prinzessin jetzt auch gesehen. Mann. Mann. Der einzigste Zugang ist von oben. Okay, und dann kann man wahrscheinlich dann da hoch. Ja, ich weiß noch nicht. Ich würde gerne vorher noch ein paar Schreine machen. Und noch ein paar mehr Herzen und vielleicht die Rüstung verbessern. Deswegen kommt es dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.